Sudha Sarasana, der Schwall des Nektars, ist ein Asana, welches beschrieben wird im Hatha-Ratna-Valli, gehört zu den 84 Asanas, die in dieser Tradition als wichtigste Asanas gelten. Hatha-Ratna-Valli ist ein Buch wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert, manche sagen 18. oder 19. Jahrhundert. Leider beschreibt dieses Buch Sudha Sarasana nicht. So wissen wir nicht, was Sudha Sarasana ist. Wenn du es genauer weißt, dann schreib es doch in die Kommentare oder schicke eine E-Mail an sukadev-at-yoga-vidya.de Von der Wortbedeutung Sudha Sarasana, Schwall des Nektars, könnte es folgendes sein. Sitze in einer beliebigen kreuzbeinigen Stellung, wenn möglich Padmasana, und hebe jetzt die Arme nach oben hoch, gib die Handflächen dabei nach oben, schaue nach oben und stelle dir vor, ein Schwall des Nektars, letztlich wie eine Dusche des Nektars, strömt in dich hinein und fließt dich, gibt dir Freude und Liebe.